In Epps bei Kufstein, Eichelwang, nimmt Vermögensverwalter ein Kugelang. Fünf Mille veruntreut und vergraben, im Waldstück hier, man kann's nicht glauben. A deutsche Bank will's Geld gern zurück, drum versuchen viele jetzt ihr Glück. Die Chance, was zu finden, ist gering, doch so ein Finderlohn ist ein Ding. Hinein an den Wald mit Schaufel und Hund, jetzt hat der Spaziergang einen gescheiten Grund. Wie bei der karibischen Schatzsucherei, weiß den Weg ein Papagei. Zwar gibt er ihn nicht ad hoc preis, die Spur wird dennoch richtig heiß. Ich weiß, wo der Schatz ist. Lang dauert's nicht, es ist nicht zum Glauben. Im Baumstumpf gibt's was zum Daglauben. Mein Schatz! Jetzt ist's soweit. Der Schatz ist gehoben. Der Geldsegen kommt gut von oben. Es ist vollbracht, man glaubt's nicht ganz, gefeiert wird gleich in der Schanz. Und die Moral von der Geschichte, bei derer Hitz hat's flüssige Guit mehrer Gewicht. Prost! 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 Trost! Prost! 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 Vielen Dank.